Ah gut, na dann gehen wir mal weiter, weil hier durch die Tür kommen wir nicht, ist ja, da liegt da was vor. Also müssen wir hier die andere Tür öffnen. Gucken, jetzt kommen wir bestimmt in die Gemächer von Mama und Papa. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemie-Labor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Ich weiß nicht, Hugo, geht's vielleicht nicht so gut gerade? I don't know. Was haben sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Ja, gleich gibt's noch was. Ach, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel... Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Such nach einem Phönix. Haben wir hier noch was Schönes irgendwie? Nein. Die Tür brauche ich jetzt auch... Also, warum sollte ich jetzt hier die... Naja, egal. Wir gucken uns die Tür an. Aber wir kommen ja hier eh nicht raus. Aber wir gucken erst mal uns noch weiter um. Vielleicht finden wir ja doch noch Utensilien, die uns helfen. Nein, was zur Hölle? Hey, Liza. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Hugo, das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ähm, ich glaube, der Kleine braucht dich, Emesia. Ja. Gleich. Ein Atenor. Wir müssen noch was gucken. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Ja. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey, ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Emesia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du... Du... Hast... Bordant... Nein! Ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Okay. Hey! Kommt her, ihr beiden! Sophia? Wo bist du denn? Oben! Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Leih! Ist sie einfach hier rüber gejumpt? Na los, Ego. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Also, ich meine, ich mag ja die Passage, ne, und das Ganze erkunden und so. Ich würde aber gerne auch ein bisschen schneller laufen können. Anstelle von diesem Spaziergang, den wir jetzt hier gerade vor uns legen. Ich drücke hier die ganze Zeit Shift. Aber ich komme nicht schneller vorwärts. Na gut. Gucken wir mal, wo Sophia ist. Vielleicht hat sie ja was Cooles entdeckt. Oh, der ist gut. Haben sie das Kind von hier aus beobachtet? Wie in einem Käfig. Hm, das ist nicht gut. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, äh, na, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine, äh, eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Das geht nicht gut aus. Wären sie hergekommen dann. Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Wir haben die Tür nicht zugemacht. Also, die müssten uns... ...sehen können. Was machen die jetzt? Nehmen die jetzt ein Bad? Was passiert hier? Dadurch? Riskant aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Äh? Warum gehen wir jetzt... ...nur wieder da unten hin, oder was? Okay. Ich hoffe, wir sind jetzt hier auch... ...so halbwegs... ...klein? Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein. Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, ...der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, ...die auf dich wartet. Komm zu uns, ...wenn du bereit bist. Wir sind es. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, ...gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird. Und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Hm, mag sein. Wir sind fast da. Als ob die uns jetzt nicht sehen. Okay, sie sehen uns wirklich nicht. Und jetzt gehen wir natürlich noch eine Runde hier durch die Kanäle. Klar. Ist doch gar nicht kalt. Gar nicht dreckig. Das ist echt unangenehm. Ich wünschte, ihr hättet meinen Traum gesehen. Die erste war eher gruselig. Aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon. Bitte. Der Baum. Och, so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser. Hüllte sich an. Als bekam es alles sauber. Alles. Nicht wie das hier. Nee. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Wir sind da. Ah, das sieht aber auch nicht gut aus. Das war. Verbring mal eine Woche mit meiner Crew. Erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Oh, nicht schlecht. Suchen wir diese Festung. Deswegen sage ich, das war doch freistehend. Aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir denn alles wissen. Mit Ritualfestung nichts. Hält uns nur noch der Rest. Da war ein Baum. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Es wäre schön. Ja, das sollten wir. Abikel 10. Blutlinie. Wo sind wir denn jetzt? Na bitte. Als wäre nichts passiert. Naja. Wir sind gut. Weiß ich nicht. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. Hatten wir nicht so eine Art runden Turm gefunden? Also ich bin der Meinung, wir hatten noch schon mal so was gesehen. Wir haben die Karte? Das ist nicht beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also flue ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, zieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Also wie? Also haben wir jetzt nur eine Karte oder haben wir keine Karte? Ich würde sonst auf die Karte gucken. Bei meinem Inventar, glaube ich. Habe ich ein Inventar? Warte. Nein. Wie kommt sie denn darauf, dass wir eine Karte hätten? Oder habe ich was verpasst? Okay, also da geht's nicht hoch. Da geht's nicht hoch. Also ich meine, da haben wir ja auch ein... Naja, das ist jetzt kein richtig runder Turm, aber... Kommt ein Turm am nächsten? Würde ich sagen? Aber das ist nicht rund. Aber wir können da trotzdem mal gucken gehen. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche. Mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Okay, hier können wir nicht lang. Wenn wir nicht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken, möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen und ihr Herz erfüllen. Okay. Wo könnten wir jetzt noch was finden? Da hinten ist was zusammengebrochenes. Könnte das der ehemalige Turm sein? Oder könnte sie uns helfen? Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Aber das könnte es sein, der Turm da hinten, oder? Der so ein bisschen zerstört aussieht. Gesegnet sei der Sohn, gesegnet sei die Mutter und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Oder können wir hier oben rein? Also, oder, also, ne? Vielleicht ist ja hier noch ein paar Infos. Da hinten ist noch Loot drin. Kletter hoch. Ja. Wir gucken uns jetzt erst mal um. Wir müssen ja auch schauen, dass wir hier noch so ein bisschen an eventuelles Stuff rankommen. Was ist da da? Kann ich hier runter? Ich kann nicht. Vorsicht, es geht runter. Aha. Okay, hätte ich gar nicht da lang gemusst. Ach, hier kann ich ein Dings mitnehmen. Hm. Pfeilen. Okay, da komme ich anscheinend noch nicht rein. Kann ich denn hier rein? Neu. Loot. So, also, mein Ziel ist es ja jetzt noch nach ganz, also dahin. Das da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Ja, vielleicht fängt man ja da Hinweise. Ich kann mir nicht das nie, Ugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum habe ich auch für... Ugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib in Sicht. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber... Ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen... Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Naja. Ihm geht es halt nicht so gut, ne? Und Sylvester steht vor der Tür. Ihr seid so langsam. Phil, seid nett zu alten Leuten. Du bist halt so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein. Abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Neidlich. Kann ich jetzt hier mal lang gehen? Hier am Ende. Übrigens ist Ugo der König. Und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber. Und du bist meine... Schmugglerin. Kann ich hier ein Wisch schießen? Ein glücklicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Natürlich nicht. Kletter zuerst. Gut, gut. Ich dachte, ich kann dazwischen durchschießen. Aber... Nein. Okay. Hier durch. Ach, jetzt klettern wir denn da hoch? Oder wie? Oder... Okay. Ah, nein. Wir können da durchschießen. Ei. Ich seh's. Ich seh's. I see. I see. I see. Ich seh. Ich seh. Ob ich da was übersehen? Ne. Sehr gut. Wir müssen springen. Alles klar. Flutsch. Okay. Auf geht's. Wir erobern den Turm. Der eigentlich schon eingestürzt ist. Mal gucken, was wir hier finden. Ich glaub, das war's. Gehen wir? Was? Wieso? Wir sind doch schon hier. Ja, gehen wir weiter. Ach, da bist du. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Wir gehen jetzt zu dieser Festung? Okay. Was ist los? Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey. Das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Hm. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Okay. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Na gut. Sag mal, Hugo. Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein. Ich mag jetzt Federn lieber. Hm. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Hm. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Lass uns einfach mal gucken. Können wir jetzt nicht einfach hier hochspringen? Nicht zu nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. Ja, dann. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ach, da meint sie. Ah, okay. Hm. Vielleicht mit der Armbrust? Ja. Wird es funktionieren? Hoffentlich. Okay. Oh. Ja. Tja, hat geklappt. Gar nicht mal so schlecht. Na, dann hast du mich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst? Oh. Dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Noch nicht. Erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja. Ich auch. Warte mal, lassen wir uns mal ganz kurz hier unten am Strand noch mal was gucken. Vielleicht nicht, dass wir jetzt hier nämlich auch noch was Schönes haben. Aber wundern, also haben die gar keine Bedenken, dass hier die Gräfin und der Graf sich wundern, wo wir sind? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf geweckt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Ihr geht. Danke, Sophia. Gern doch. Also, aber die müssen sich doch wundern. Also, kann mir doch keiner erzählen? Aber gut. Wir erkunden trotzdem die Insel weiter. versuchen, in die Festung einzudringen. Wo wir eigentlich wahrscheinlich wieder nicht rein dürfen. Das wird spaßig. Seht mal. Da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links. Sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja. Denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Naja. Amicia. Da ist Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein. Wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia. Wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Warum ist er hier? Also. Kletter hoch. Ja. Bestrafung? Für was? Vielleicht sollten wir doch nicht hier sein? Ich würde jetzt nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwelche Wachen patrouillieren und da sind wir gleich wieder sneaky miki unterwegs sein müssen. Genug Geld, wenn es kommen will. Was? Noch eine. Schleise. Äh. Okay. Warum? Was? Er ist über uns. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Scheiße. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklaven. Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen. Und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Mh. Können wir die abschießen? Also. Ist nicht möglich. Ich glaube. Oh Gott. Er gibt mir den Kopfschluss. Es ist ein Fehler von dir herzukommen. Äh. Äh. Oha. Oha. Das ist gar nicht gut. Aber ist ein bisschen Barbecue. Ist okay. Mist, Kerl. Er war auch gar nicht leise. Okay. Jetzt müssen wir wieder zu unserer... ...aufbezudrücken, oder? Geht's dir gut? Ja, ja. Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Moment. Hier drüben! Was jetzt denn ist ja... Oh Gott, wo kommt er denn her? Hey, hier sind Eindringlinge. Schnappt sie! Ah! Hier drüben! Einzige sie! Das war gar nicht gut. Gar nicht gut. Können wir hier nochmal... ...äh, links, rechts. Hier tut weh. Okay, es waren eindeutig zu viele. Und wir müssen gucken, dass wir... ...sneaky... ...technisch... ...underwegs bleiben. Hier, was hat er uns denn... Wo hat er uns denn gesehen? So, hier sieht uns doch jetzt keiner, oder? Verdammt! Was? Ich seh zum ersten Mal wie du. Ich hasse es. Aber am Ende muss ich es immer wieder tun. Oh Scheiße, hier geht's ja noch runter. Ich kann kein Loot mehr mitnehmen. Warte mal, kann ich noch irgendwas basteln? Wir sind, äh... Ja, warte ich hier. Wenn ich aber trotzdem nichts mitnehme, okay. Warum geht's hier runter? Ich weiß es doch auch nicht. Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Äh, hallo? Ist anyone here? Was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht. Hier, können wir wieder hoch. Okay. Okay. Hm, 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 hm. Wie mach' ich das jetzt? Am cleversten? Geh' ich jetzt einfach hier runter wieder? Auf keinen Fall geh' ich hier runter. Los, hoch da. Oh Gott, das sind so viele. Okay, warte mal. Hm. Okay, also hier haben wir drei Stück. Äh, ich muss in die Richtung wahrscheinlich. Er macht ein Nickerchen. Sie ist kaputt. Wir finden einen Weg. Äh. Haben wir nicht... Erzähl doch nicht so'n Blödsinn. Was ist die Frage? Haben sie uns nicht? Ja, scheiße. Okay. Äh, das war... War nicht clever. Das war gar nicht clever. Gar nicht, gar nicht. Wir machen nicht. Was ist die Frage.